Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr Mädchen? Abonniert mich einfach. Wollt ihr Mädchen? Wollt ihr Mädchen? Er begann zu erkennen, dass es eine Sache war, sich zu ändern, aber eine ganz andere, sich wirklich zu ändern und sein Verhalten zu ändern. Daniel musste sehr hart arbeiten, um das Vertrauen und den Respekt der Menschen, die er verletzt hatte, zurückzugewinnen. Daniels egoistisches Verhalten hatte einen hohen Preis. Viele seiner Freunde wendeten sich von ihm ab und auch seine Familie distanzierte sich von ihm. Daniel fühlte sich einsamer denn je. Er versuchte, sich zu entschuldigen und die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, aber es war zu spät. Die Menschen, die er verletzt hatte, hatten ihr Vertrauen in ihn verloren und es gab keine Möglichkeit, es zurückzugewinnen. Daniels egoistisches Verhalten beeinträchtigte nicht nur seine Beziehungen zu Freunden und Familie, sondern auch seine Karriere. Sein Arbeitgeber fühlte sich zunehmend von seinem unangemessenen Verhalten belästigt und kündigte ihm schließlich. Ohne Arbeit und ohne Unterstützung von Freunden und Familie stürzte Daniel in eine tiefe Krise. Ihm wurde klar, dass sein egoistisches Verhalten ihn alles gekostet hatte, was ihm wichtig war. Aber Daniel war ein Kämpfer und beschloss, aus seiner Situation zu lernen und sich zu bessern. Er begann, sich auf seine persönlichen Beziehungen zu konzentrieren und arbeitete hart daran, ein besserer Mensch zu werden. Leider war der Weg zurück in ein erfülltes Leben für Daniel sehr schwer. Der Verlust seiner Arbeit, seiner Wohnung und der Unterstützung durch Freunde und Familie war zu viel für ihn. Er verlor die Hoffnung und fiel in eine tiefe Depression. Er fühlte sich einsam und ohne Zukunft. Doch auch in dieser schweren Zeit gab es Menschen, die ihm halfen und ihm zeigten, dass es noch Hoffnung gibt. Mit ihrer Unterstützung kam Daniel langsam wieder auf die Beine und arbeitete daran, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Leider konnte Daniel dem Druck, dem er ausgesetzt war, nicht standhalten. Die Belastungen und Herausforderungen waren zu groß und er geriet in eine Spirale des Drogenmissbrauchs. Der Drogenkonsum verschlimmerte seine Situation und er verlor die letzten Menschen, die ihm geblieben waren. Er war nun allein und verloren. Um seine Drogensucht zu finanzieren, begann er, seinen Körper zu verkaufen. Dies führte ihn immer tiefer in die Welt des Drogenmissbrauchs und der Armut. Sein Egoismus wurde immer stärker und er dachte nur noch an den nächsten Schuss, ohne Rücksicht auf die Folgen für andere oder sich selbst. Er kam nicht mehr von der Straße weg und seine Situation verschlechterte sich immer mehr. Depressionen fraßen ihn auf und seine Drogenabhängigkeit wurde immer stärker. Seine Familie wollte ihm helfen, aber er lehnte jede Hilfe ab, weil er in seinem Rausch gefangen war. Er verlor die Kontrolle über sein Leben und fand keinen Ausweg aus der Sucht. Die Drogen bestimmten sein Leben und er verlor jede Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Die Polizei fand Daniel schließlich schwer verletzt in einer Mülltonne. Er hatte eine Überdosis und wurde von seinen Dealern vergewaltigt und zusammengeschlagen, um einen Schuss zu bekommen. Im Krankenhaus erhielt Daniel die medizinische Versorgung, die er brauchte, und der Sozialdienst arbeitete mit seiner Familie zusammen, um ihm einen Weg in die Zukunft zu zeigen. Er kam in ein betreutes Einzelwohnen, wo er lernte, wieder ein eigenständiges Leben zu führen. Er begann eine Entziehungskur, um seine Drogenabhängigkeit zu überwinden, und erhielt ein Jobcoaching, um wieder in den Arbeitsprozess zurückkehren. Er hatte gelernt, seine alten Verhaltensmuster abzulegen und besser auf andere Menschen einzugehen. Er war einfühlsamer und verständnisvoller geworden und nutzte seine Erfahrungen, um anderen mit ähnlichen Problemen zu helfen. Mit der Zeit und harter Arbeit gelang es Daniel, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Seine Arbeitsleistung und sein Verantwortungsbewusstsein fielen auf, und er wurde von seinem früheren Arbeitgeber wieder eingestellt, diesmal als Manager. Daniel war sich bewusst, dass er ohne die Unterstützung seiner Familie und Freunde nicht so weit gekommen wäre. Er hatte viele Fehler gemacht und viele Menschen verletzt, aber er hatte gelernt, dass es nie zu spät war, sein Leben zu ändern. Nach langem Nachdenken entschied er sich, seiner Familie einen Brief zu schreiben, in dem er seine Dankbarkeit und Reue ausdrückte. Er schrieb ihnen, dass er ihre Liebe und Unterstützung nie vergessen würde und dass er hoffe, dass sie ihm vergeben und ihn wieder in ihre Arme schließen würden. Seine Familie las den Brief mit Tränen in den Augen und war erstaunt, wie sehr sich Daniel verändert hatte. Es war nicht lange her gewesen, da war Daniel genau das Gegenteil gewesen. Sie hatten ihm schon verziehen, aber seine Entschuldigung bedeutete ihnen so viel. Sie schickten ihm eine herzliche Nachricht zurück und sagten ihm, dass sie immer für ihn da sein würden. Von diesem Moment an war Daniels Leben voller Freude und Glück. Ich bin dein Vater. I lalalalalalove you, ooh, I lalalalalalove you, yes I do. Ich bin dein Vater.